Würdest du den Knopf drücken? Würdest du den Knopf drücken, wenn du so viel Geld bekommst, wie du willst, aber dafür alle deine Freunde verlierst? Welche Freunde? Nein, Spaß würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Würdest du den Knopf drücken, wenn du eine Superheldenkraft deiner Wahl bekommst, aber dafür jedes Jahr ein Bösewicht deine Ruhe stört? Das wäre irgendwie schon krass, aber auch echt gefährlich, Mann. Aber ich glaube, ich würde Dr. Strange nehmen. Ist ultra gut, Mann. Der ist viel zu OP. Würdest du den Knopf drücken, wenn du Kreativmodus in Real Life bekommst, aber dafür alles eine Sekunde verzögert mitkriegst? Eine Sekunde, glaube ich, kann man sich sogar noch dran gewöhnen, oder? Nämlich, würdest du den Knopf drücken, wenn du jetzt mit der Schule, Studium oder Ausbildung fertig wärst, aber dafür diese Zeitspanne am Ende deines Lebens abgezogen bist? Naja, ich mach halt grad gar nichts davon. Aber ihr könnt's gerne mal in die Kommentare schreiben.